Wenig Lust, wenig Erregung, wenig Geilheit als Mann im Bett. Was können wir tun, was kannst du als Mann tun, um wieder mehr Lust, mehr Erregung beim Sex mit deiner Partnerin zu empfinden? Das besprechen wir in diesem heutigen Video. Und ist es für dich so, dass du die Empfindung hast, wenn du Sex hast mit deinem Partner oder deiner Partnerin, dass du das Gefühl hast, irgendwie so eine richtige Geilheit kommt in mir nicht auf. So mein Trieb schläft irgendwie ein bisschen. Da ist keine starke intensive Erregung, wie ich das vielleicht von früher noch kenne. Und ist es für dich dann auch gleichzeitig so, dass du relativ beim Sex gefasst bist, dass du relativ viel Gedanken hast, die hier oben ablaufen, dass du sogar stellenweise, möglicherweise gedanklich abschweifst und anfängst, über andere Dinge nachzudenken. Wenn es der Fall ist, dann bist du in diesem Video heute genau richtig, denn wir besprechen, warum das so ist, also wo das herkommt und was du tun kannst, um wieder mehr Erregung und mehr Geilheit und mehr Lust beim Sex zu erleben. Schauen wir uns also mal im ersten Schritt an, was ist eigentlich die Ursache dafür, die sehr wahrscheinliche Ursache dafür, dass du beim Sex wenig Erregung erlebst. Dafür gibt es eine schöne Metapher. Für diese Metapher, hier möchte ich mal dieses Glas hier verwenden. Wenn du dieses Glas randvoll auffüllst mit Wasser, dann ist dieses Glas voll. Wenn du jetzt in dieses Glas Wein reinkippen möchtest, dieses Glas ist aber bereits voll, was dann passieren wird, ist, es wird ein bisschen von dem Wein ins Glas reinkommen, aber am Ende des Tages wird ganz viel überlaufen und dieses Glas wird sich nie wirklich mit Wein am Ende des Tages richtig auffüllen. Du wirst nicht in der Lage sein, da so eine schöne Portion Wein reinzukippen, dass du das trinken kannst. Und auf eine sehr, sehr ähnliche Art und Weise funktioniert auch unser Gedanken- und Gefühlsraum in der Sexualität. Was für viele Männer der Fall ist, sie gehen mit einem vollen Glas in die Sexualität rein. In anderen Worten, dieses Glas, wenn Männer in die Sexualität reingehen, ist gefüllt mit Leistungsdruck, Unsicherheit, Verkopftheit, darüber nachdenken, wie kann ich die Partnerin befriedigen, wie kann ich heute funktionieren, wie kann ich Funktionalität an den Tag legen, eine Erektion haben, lange genug durchhalten, wie kann ich die Frau befriedigen. Das sind alles so Gedanken, die häufig für viele Männer stattfinden, die dafür sorgen, dass das Glas ihres Gedanken- und Gefühlsraums prall gefüllt ist. Und wenn es der Fall ist, dann ist da einfach nicht mehr viel Platz in diesem Glas für Erregung. Und das ist in den allermeisten Fällen die Ursache dafür, dass Männer wenig Lust, wenig Erregung, wenig Geilheit in der Sexualität empfinden. Das gilt nicht ausschließlich, das heißt, es gilt nicht in 100% aller Fälle für alle Männer, aber es ist schon tendenziell so. Und ich coache total viele Männer, kommen immer wieder Männer zu mir, die sagen, hey, ich habe die Schwierigkeit, dass ich einfach, ich komme nicht zum Orgasmus beim Sex, ich erlebe nicht genügend Geilheit, für mich fühlt sich das irgendwie nicht so besonders intensiv an. Und wenn ich dann mit diesen Männern ein bisschen mehr spreche, ein bisschen genauer kennenlerne, dann kommen wir fast immer an den Punkt, dass wir herausfinden, aha, der Mann denkt scheinbar sehr viel nach. Der ist scheinbar relativ stark verkopft. Was ich ganz, ganz, ganz selten erlebe, ist, dass ein Mann zu mir ins Coaching kommt und sagt, hey, ich bin beim Sex wenig Erregt und dann sprechen wir drüber und finden raus, oh, der Mann hat total wenig Gedanken, der geht relativ kopflos, relativ frei im Kopf in den Sex rein und spürt dann einfach wenig. Passiert sehr, sehr selten. Meistens gibt es da eine gewisse Korrelation mit einer relativ starken Verkopftheit. So, jetzt ist die nächste Frage. Wo kommt diese Verkopftheit her und was können wir dafür tun, dass diese Verkopftheit weggeht, sodass dieses Glas hier leerer wird und dann plötzlich mehr Platz ist für Erregung und für Geilheit. Punkt Nummer 1, Männer, viele Männer sind zu sehr mit der Befriedigung der Frau beschäftigt. Ein Motiv, das mir immer und immer wieder in Coachings mit Männern begegnet, ein Motiv, was sich durch die komplette Männerwelt zieht, ist das Motiv, dass Männer sich bewusst oder unbewusst wie als Dienstleiste sehen in der Sexualität. Sie sehen sich als Dienstleister für die Frau, wo es darum geht, der Frau Befriedigung zu schenken. Und das, was man selbst will, das ist völlig unerheblich. Das spielt überhaupt keine Rolle. Wenn du so in die Sexualität reingehst, wenn du dich als Dienstleister verstehst, wenn es für dich primär darum geht, die Frau zu befriedigen und du kümmerst dich überhaupt nicht um deine eigenen Bedürfnisse, dann ist es kein Wunder, überhaupt kein Wunder, dass du wenig Geilheit spürst. Um Geilheit zu spüren, um Erregung zu spüren, ist es doch auch irgendwo vonnöten, dass du dich um deine Bedürfnisse kümmerst. Das heißt nicht, dass du jetzt bitte morgen in den Sex gehst und deine Partnerin oder deinen Partner ignorierst und dich nur noch um dich selber kümmerst, aber es ist ein Mittelweg, ein Zwischenspiel, wo du auf die Bedürfnisse deiner Partnerin eingehst, aber auch gleichzeitig auf deine eigenen Bedürfnisse eingehst und dann entsteht da eine schöne himmlische Spirale aufwärts, wo sich Geilheit und Lust aufschaukeln kann. Aber wenn du nur der Dienstleister bist und deine eigenen Bedürfnisse unterdrückst und ihnen keine Beachtung schenkst, brauchst du dich nicht wundern, dass die Geilheit bei dir größtenteils ausbleibt. Das heißt, der erste Impuls, den ich heute für dich habe, was du für dich umsetzen kannst, ist, dich mal zu fragen, was sind eigentlich meine Bedürfnisse? Was ist eigentlich das, was ich mir beim Sex wünsche, was ich brauche, um Erregung zu verspüren, was mich geil macht? Und dann dir genau das in einem zweiten Schritt, dann auch in der Sexualität mit deinem Partner oder Partnerin mehr einzugestehen. Das dir auch mal mehr zu nehmen. In deinem Kopf, das auch mal um dich gehen zu lassen. Nicht immer nur um deine Partnerin. Ja, zumindestens mal so, dass du 20, vielleicht 30 Prozent deiner Aufmerksamkeit auch bei dir behältst. Und dann beim nächsten Mal vielleicht 40 Prozent und dann beim nächsten Mal vielleicht 50 Prozent. Und irgendwann mal wirst du was ganz Interessantes feststellen. Und zwar kannst du zu 100 Prozent bei dir sein und gleichzeitig zu 100 Prozent bei deiner Partnerin sein. Ja, das ist das, was passiert, wenn man tief in den Moment eintaucht, die eigene Geilheit spürt, gleichzeitig die Partnerin wahrnimmt. Und das ist dann der Moment, wo richtige Leidenschaft entsteht. Das ist möglich und das ist im Angebot. Das ist viel mehr, das ist dein natürlicher Zustand. Es geht darum, da wieder hinzukommen. Da bist du dann zum Beispiel in diesem Channel, wenn das dein Wunsch ist, genau richtig. Dann würde ich jetzt schnell auf Abonnieren klicken, weil dann sprechen wir über dieses Thema häufiger. Kommen wir zum nächsten Punkt. Und der nächste Punkt ist, Männer arbeiten in der Sexualität mit dem falschen Werkzeug. Wir Menschen haben verschiedene Werkzeuge vom lieben Gott hier oben mit auf den Weg bekommen. Wir haben zwei Hände, wir haben einen Pimmel, wir haben Füße, wir haben Beine, wir haben eine Brust, wir haben ein Herz und wir haben so etwas, das nennt sich Verstand. Und wir haben so etwas, das nennt sich Intuition, Bauchgefühl. Viele Männer gehen in die Sexualität rein und weil sie das aus ihrem Leben genauso kennen, nutzen sie jetzt ihren Verstand, um die Situation, in der sie sich gerade befinden, zu lösen. Das heißt, sie gehen rein in den Sex und sie stellen sich verstandesgemäß die Frage, okay, was kann ich jetzt tun, damit der Sex besser wird? Okay, was kann ich jetzt tun, um meine Partnerin zu befriedigen? Okay, was kann ich jetzt tun, um mir selber Befriedigung zu gönnen? Das ist allerdings der komplett falsche Ansatz. Das ist direkt von Anfang an in der falschen Abzweigung die falsche Abbiegung genommen. Denn der Verstand ist im Bereich Sexualität das falsche Werkzeug. Der Verstand ist der Übeltäter, der dieses Glas mit Gedanken auffüllt. Und das ist nicht unbedingt das, was wir in der Sexualität wollen. Wenn es darum geht zu erfahren, hey, was steht für mich jetzt an? Was steht für uns beide als Paar jetzt gerade in dieser sexuellen Begegnung an? Dann gibt es noch eine andere Informationsquelle, die nicht hier oben sitzt, sondern die ich jetzt mal ganz pauschal eher weiter hier unten ansiedeln würde, im Körper. Und das ist unsere Intuition. Unsere Intuition sagt uns kristallklar, auf was wir Lust haben. Und es braucht keine Grübelei, es braucht keine Anstrengung, es ist eine klare Stimme, die zu uns spricht. Wenn ich dich jetzt in diesem Moment frage, mein lieber Freund, was möchtest du heute Abend essen? Pizza oder Sushi? Dann wirst du sehr wahrscheinlich instinktiv einen relativ starken Impuls gehabt haben, der dich entweder in die eine Richtung schiebt, in die Pizza-Richtung oder in die Sushi-Richtung schiebt. Das hast du dir nicht mit deinem Verstand erarbeitet, dieses Wissen. Dieses Wissen war einfach da. Einfach so. Und es war deutlich. Und auf dieses Wissen hast du natürlich auch in der Sexualität Zugriff. Du musst es nur zulassen. Du musst nur darauf vertrauen. Du darfst dir erlauben, diesen Geist hier oben, diesen Verstand frei zu machen und auf deine inneren Impulse, auf deine Intuition zu vertrauen. Das ist ein bisschen wie wenn du tanzen gehst mit deiner Partnerin oder deinem Partner. Was passiert beim Tanzen ist, wenn du die ganze Zeit versuchst nachzugrübeln, wie ging jetzt der nächste Schritt und welche Figur mache ich jetzt mit ihr als nächstes? Dann wird es verkopft. Dann wird es holprig. Dann wird es nicht leidenschaftlich. Dann wird es nicht smooth. Dann wird es nicht flowig. Dann bleibt es ein bisschen zerfahren. Trust me, ich habe eine Zeit lang mit meiner Freundin Salsa getanzt und am Anfang war das für mich sehr, sehr, sehr schwierig, mich da wirklich rein zu entspannen und es einfach fließen zu lassen. Doch sobald es dir gelingt, den Tanz mit deiner Partnerin, deinem Partner, einfach fließen zu lassen und deine Intuition, die Bewegungen machen zu lassen gewissermaßen, in dem Moment fängt es an, richtig Spaß zu machen. In dem Moment wird es leidenschaftlich. Nicht anders ist es auch in der Sexualität. Das heißt, Handlungsimpuls Nummer 2 für dich an der Stelle, experimentiere mal mit deiner Intuition und guck auch mal, hey, wie viel Verstand habe ich eigentlich eingeschaltet während dem Sex? Und besteht die Möglichkeit, dass ich mehr in dieser tieferen Quelle an Wissen, an Information anzapfe und mich mehr von der Intuition leiten lasse? Und damit kommen wir zu Punkt Nummer 3. Und Punkt Nummer 3 ist die Frage, Ist Sex für dich eigentlich eine Situation, die für dich Spaß bedeutet? Eigentlich eine dumme Frage. Normalerweise würde man sagen, natürlich ist Sex für mich, was das Spaß bedeutet. Was soll es auch sonst sein? Leider fällt diese Antwort für viele Männer anders aus. Für viele Männer ist Sexualität eher was, wo es darum geht, zu funktionieren. Es geht darum, erfolgreich diese Prüfung zu bestehen. Es geht darum, einen hochzukriegen. Es geht darum, lange genug durchzuhalten. Es geht darum, die eigene Männlichkeit mit Sex unter Beweis zu stellen. Es geht darum, die Beziehung zu festigen. Es geht darum, die Freundin von der eigenen Männlichkeit zu überzeugen und dafür zu sorgen, dass sie einen attraktiv findet. Ganz, ganz viele ernste Themen, die da für viele Männer beim Sex mitschwingen. Das heißt, die gehen in den Sex rein und es geht nicht um Spaß. Es geht um funktionieren. Es geht darum, etwas zu erreichen. Es geht darum, auch etwas zu verhindern. Und zwar zu verhindern, dass man als Versager dasteht, dass man als Mann dasteht, der nicht gut genug ist oder der gar nicht richtig männlich ist. Es geht darum, ein Worst-Case-Szenario zu verhindern, zu vermeiden und gleichzeitig irgendwie etwas zu erreichen. Und wenn du dieses Mindset hast, wenn das das ist, was du auf Sex projizierst, wenn Sex für dich eine Prüfungssituation geworden ist, dann brauchst du nicht erwarten, dass du da viel Lust und Erregung empfindest. Und das Spiel geht am Ende des Tages sogar noch weiter. Was tatsächlich tagtäglich passiert, ist, dass Männer zu mir kommen und die sagen, hey, ich muss meine Frau besser befriedigen. Ich muss besseren Sex für meine Frau kreieren und ich muss dafür jetzt leidenschaftlicher werden. Das heißt, die Leidenschaft ist instrumentalisiert, ist ein Werkzeug dafür, die Frau zu befriedigen, damit der Mann sich besser fühlen kann. Das ist traurig, dass es mittlerweile so weit gekommen ist in unserer Gesellschaft, aber das ist ein Muster, das ich total häufig beobachte. Doch am Ende des Tages ist und bleibt Sex nichts anderes als zwei Menschen begegnen sich, zwei Menschen, die sich im besten Fall gern haben, die sich im allerbesten Fall lieben, die sich im allerbesten Fall anziehend finden. Zwei Menschen begegnen sich und die verschmelzen einfach, die haben einfach Spaß zusammen, die haben einfach Spaß zusammen. Da geht es um nichts. Das ist das, was Sexualität im Kern ist, nichts anderes. Sobald für dich was Prüfungsmäßiges mitschwingt, kannst du dir sehr, sehr sicher sein, dass es was ist, das du dir hier oben zusammen spinnst. Das hat nichts mit der Realität zu tun. Und an dem Punkt ist es super interessant, wirklich herauszufinden, hey, was ist denn das? Was sind denn die Glaubenssätze? Was sind denn die Glaubensmuster, die du da aktuell auf die Sexualität projizierst, die dafür sorgen, dass du das Ganze nicht als das siehst, was es ist, und zwar einfach eine harmonische, entspannte Verschmelzung, sondern vielmehr eine Prüfungssituation. Das ist zum Beispiel, was es, wenn Coachings sehr, sehr gut machen können, ist, uns genau das anzuschauen, herauszufinden, welche Glaubenssätze stehen dir denn eigentlich im Weg, dich wirklich reinfallen zu lassen, dich wirklich zu entspannen. Jetzt ist natürlich das hier im Moment kein Coaching, ich kann nicht mit dir sprechen, ich kann dir keine Fragen stellen, aber was ich hier in dem Video dennoch tun kann, ist dich dazu einzuladen, dass du fortan einfach mal für dich einmal die Entscheidung fällst und sagst, hey, es ist mir völlig egal fortan, wie ich funktioniere. Ich, mit Verlaub, scheiße auf meine Funktionalität. Es ist mir egal, ob ich einen hochbekomme, es ist mir egal, ob ich lange genug durchhalte, es ist mir egal, ob ich die Frau gut befriedigen kann. Ich pfeife auf meine Funktionalität und ich vertraue darauf, dass ich hinter meiner Funktionalität, dass ich hinter dem, was da beim Sex passiert, immer noch ein toller, wertvoller, liebenswerter Mann bin. Und wenn eine Person der Meinung ist, sie muss mich abweisen dafür, wenn ich in der Sexualität nicht funktional bin, wenn ich in der Sexualität nicht funktioniere, dann darf diese Person es gerne tun. Das ist dann nicht mein Business, das ist dann nicht mein Problem. Wenn Leute schlecht über mich denken wollen, weil ich nicht funktional bin, dann dürfen die Leute schlecht über mich denken. Aber ich fange heute an, mit mir im Frieden zu bleiben. Und zwar völlig egal, ob ich funktioniere oder nicht. Das ist die Einladung, die ich dir an der Stelle aussprechen kann. Das ist eine Richtung, in die du schauen kannst. Zu mehr inneren Frieden, tiefere Entspannung und dann dementsprechend, tiefer Entspannung, mehr Erregung, mehr Geilheit, mehr Lust, mehr Leidenschaft, mehr Intensität in der Sexualität. Und dementsprechend auch mehr Orgasmen für dich als Mann. Dementsprechend sehr wahrscheinlich auch mehr Orgasmen für deine Partnerin. Sehr viel mehr Spaß. Und das ist am Ende des Tages das, was tatsächlich im Angebot ist, wenn wir über Sex sprechen. Wenn sich das für dich gut und reizvoll anhört und wenn du dich vielleicht auch so ein bisschen awkwardly ertappt fühlst mit dem, was ich hier sage, dann lass uns doch einfach an diesem Thema dranbleiben. Wie gesagt, du kannst dazu den Kanal abonnieren. Dann sehen wir uns häufiger. Ganz einfach. Oder, wenn du es richtig ernst meinst, kannst du auch ein kostenloses Wachstumsgespräch mit mir buchen, wo wir einfach mal eine Stunde, eineinhalb Stunden Zeit haben, uns ganz bewusst anzuschauen, was geht bei dir ab. Hier oben, in deiner Gefühlswelt, welche Glaubenssätze sind da, was findet da bei dir statt. Den Link dazu findest du einmal hier im Video oben in der Infocard, unten in der Videobeschreibung, wie du das wahrscheinlich schon von anderen Videos kennst. Und dann hoffe ich, sehen wir uns im nächsten Video. Bis dahin, halt die Ohren steif, lass dir gut gehen. Eine wunderschöne Sexualität wünsche ich dir. Mach's gut. Ciao, ciao. Amen.